Letzter Sommer, zweiter Drehtag, mit einem kleinen Team rückten wir bei Markus Leier-Kaschatzl an, der uns sein Büro für die Umsetzung von Episode 6 zur Verfügung gestellt hat. Wir brauchten einen ganzen Drehtag, schlussendlich ging es darum, einen der kompliziertesten Spezialeffekte im Film umzusetzen, nämlich die Verjüngung von Hauptdarsteller Rainer Kanz um 20 Jahre. Mit der professionellen Hilfe von Eva Reutz gelang das innerhalb von einer Stunde. Erleben Sie mit, wie ich jetzt um 30 Jahre jünger werde? Das war heute, glaube ich. So jung wurde, wie war ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Und schließlich konnten wir mit dem Dreh beginnen. Kommen Sie rein. Kommen Sie bitte rein oder kommen Sie rein? Kommen Sie rein. Adi. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Untertitelung des ZDF, 2020